Damit kommen wir zurück. Lass mich das nicht bereuen. Macht ihn in der Schleife bereit. Wir haben nicht viel Zeit. In der Schleife? Du bist's? Egal. Bereit machen. Wir retten die Realität. Was hast du mit dem Nullpunkt gemacht? Das war ich nicht. Es gab... So viele Fäden. Ich weiß nicht, ob ich das apparieren kann. Sie reden nicht auf. Wer sagt, was von aufgeben? Bereithalten. Wenn der Nullpunkt erstmal aufblüht, gibt es kein Zurück mehr. Oh Mist, Portale. Gar nicht gut. Das sind keine. Die Realität bricht zusammen. Nee, sollten sie schließen, oder? Was glaubst du vorher? Ja, verstanden. Sind schon dabei. Ja, Kaps! Die Instabilität wird nur noch schlimmer. Vorsicht vor den Realitätswellen. Verstanden. Wir bleiben Wasser. Realitätswellen können alles rasant schnell... Ich bin ein Schwetterling. Wie war gewaltig. Alles in Ordnung bei euch da unten? Ich bin ein Schwetterling, also? Nein! Da musst du wohl ran. Du bist jetzt meine Augen und Ohren. Und Arme. Rückweite. Du musst diese Portale für mich schließen. Schaffst du das? Ha, natürlich schaffst du das. Los. Portal voraus! Das ist gar nicht gut. Aber wunderschön. Ja, super. Aber ich brauche mehr Zeit. Heute ist los. Verstanden. Ich sehe drei weitere Portale. Sind aber sehr weit weg. Wenn wir doch nur... Oh, 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 oh! Ich kann teleportieren. Runter! Wir müssen irgendwie an den Jägern vorbeikommen. Oh! Auch gut. Du siehst... Fantastisch aus! Ich hab mein Leben lang den Durchmacht gebrochen. Aber jetzt seh ich ihn zum ersten... Wir müssen uns beeilen. Ich halte hier nicht endlos durch. Achtung! Ich bringe uns zum dritten Portal! Also diese Wölfe sind neu, oder? Wow! Alternative Realitäten brechen durch. Wir müssen uns beeilen. Die Realität macht mich wohl nicht. Neuer Look. Machst du hier. Wie sieht's da oben aus? Es ist zu viel. Ihr müsst weitermachen. Nur noch eins übrig. Halt durch! Wir haben Gesellschaft! So können wir ja die 10. Bälle wäre gerade hilfreich! Das wären alle! Ich glaube, wir haben's geschafft! Wow! Übereintrocknet! Okay. Der nächste Schritt ist sehr wichtig. Alles okay da oben? Das reicht nicht. Ich kann es nicht aufhalten. Aber ich könnte die Explosion eintippen. Er schließt sich ein. Du musst das nicht tun! Wir bleiben bis das hier allein ist. Er braucht unsere Hilfe. Los! In der letzten Phase. Der nächste Schritt ist toll. Richtig! Das Problem ist schwierig. In der Zeit. Das war's für heute. Diese eine Chance. Du musst den Neupunkt versiegeln und das Gerät überladen. Das Gerät überladen? Dann stecke ich in der Schleife fest. Wir werden uns zurückkämpfen. Wenn sich alles passiert, geht nicht auf. Ich werde dich finden und du wirst mir alles erzählen. Ich gebe dir mein Wort. Okay, rutsch los! Okay, rutsch los!